Ich bin heute an der Lohndemo hier in Bern, weil ich finde, dass die Uni ja stark sein muss und die Gewerkschaften müssen stark sein, um ein starker GAV in der Gastrobranche auch garantieren zu können, um in der Zukunft unsere Bedingungen noch besser zu werden. Ich bin hier gekommen, weil ich mein Leben sehr teuer bin. Ich suche schon wegen einer Wohnung. Ich möchte gerne den Wohnungspreis tief geworden und Krankenkasse tiefer werden. Alle Sachen werden teuer und die, die einfach weniger verdienen, die haben Schwierigkeiten, irgendwie durchzukommen. Und deswegen sind alle zusammengekommen und versuchen, ob man daran etwas ändern kann. Meine Meinung ist, jetzt müssen die Lohne steigen, weil man kann so sehen, wie viele Leute haben. Die haben auch andere Sachen zu machen, aber alle haben das gelassen, die sind hier gekommen. Und wir hoffen, dass es uns etwas bringen kann, damit wir ein normales Leben leben können. Das war unser Ziel.